Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quickie und heute geht der Quickie mal um Spanien. Ich möchte es kurz und knackig machen, ich habe die News heute eben durch Zufall mitbekommen, dass Spanien eben weitreichende Änderungen plant, um das spanische Volk eben zu entlasten. So soll die Rente extrem steigen, aber natürlich auch die Steuern gesenkt werden und ich möchte das Ganze mal kurz ein bisschen aufgreifen und ein bisschen näher beleuchten und ich wünsche natürlich an der Stelle schon wieder, wie immer, viel Vergnügen mit dem folgenden Video. Doch zunächst natürlich der Haftungshinweis. Alles, was ich je wieder aufzeige im Konto, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung, Investmentempfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Schauen wir uns das Ganze einfach mal ein bisschen näher an. Ich habe Artikel ausgewählt von tagesschau.de, es gibt natürlich auch andere im Internet, die haben das Ganze ganz gut zusammengefasst und so versucht die spanische Regierung eben, die haben natürlich genauso dort das Problem mit den gestiegenen Energiekosten oder mit den Energiepreisen und so will man einfach das Volk wieder ein bisschen entlasten, weil wirklich auch dort die Leute nur noch schwierig mit dem Geld auskommen und deswegen plant oder macht oder will die Regierung eben auf die Lebensmittel oder hat sie bereits, das weiß ich nicht genau, die Mehrwertsteuer auf jeden Fall auf Lebensmittel ausgesetzt und zwar für die kommenden sechs Monate. Ich gehe mal davon aus, das ist schon erledigt. Man muss da aber auch dazu sagen und wissen, in Spanien gab es ohnehin fast keine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Die lag mit Anführungszeichen bei nur sieben Prozent und die fällt jetzt vier Prozent. So muss ich sagen, wir haben ja in Deutschland sieben Prozent, dort war sie eben nur bei vier Prozent und jetzt fällt sie eben komplett weg und zwar eben für die nächsten sechs Monate auf jeden Fall. Was danach kommt, wird man sehen, das ist auf jeden Fall ein deutliches Zeichen eben an die Bürger, dass hier eben die Bürger eben entlastet werden sollen. Außerdem wird es eine Aussetzung von Mieterhöhungen geben. Es hat jetzt schon eine Mietdeckelung gegeben, die lag bei zwei Prozent. Ansonsten ist in Spanien eigentlich üblich, dass praktisch die Miete mit der Inflation mitsteigt und das ist eben ein bisschen aus dem Rudel gelaufen und deswegen hat die Regierung ohnehin schon auf zwei Prozent das Ganze gedeckelt und nun soll es komplett ausgesetzt werden. Das heißt, jetzt dürfen die Mieten nicht mehr automatisch mitsteigen, wenn es eine Inflation gibt. Das ist meiner Meinung nach eine Frechheit, denn der Vermieter hat ja auch deutlich höhere Kosten, er hat ja ein größeres Risiko und die Wahrscheinlichkeit einfach, dass Mieten insgesamt ausfallen, ist einfach viel höher. Und wenn jetzt der eine oder andere vielleicht von den Mieteinnahmen leben möchte, könnte es unter Umständen in der Zukunft zu einem Problem werden oder führen, wenn eben die Inflation weiter so extrem steigt. Auf jeden Fall ist das Fakt und ist auch nicht zu vernachlässigen und zeigt natürlich auch wieder gerade den kleineren Vermögen oder den kleineren Einkommen. Wir tun was für euch, wir kümmern uns um euch, damit ihr euch das Leben leisten könnt. Das bringt aber natürlich langfristig gar nichts, denn wenn die Inflation nun mal so hoch ist, dann kann ich das deckeln, wie immer ich will. Ja, die Inflation ist ja dennoch da und das Problem an sich eben auch. Außerdem wurde die Rente erhöht. Um sage und schreibe 8,5 Prozent davon können die deutschen Rentner nur träumen. Für mich stellt sich natürlich da wieder die Frage, wer wird das am Ende bezahlen? Ja, also wenn die spanische Regierung einfach mal 8,5 Prozent für die Renten mehr ausgibt und wir wissen ja, dass die Deutschen im Schnitt die niedrigsten Rentenprozentual haben vom letzten Gehalt im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern und Spanien, die bekommen ja relativ hohe Renten im Vergleich zum letzten Lohn und natürlich das Eintrittshalter ist auch niedriger. Da bin ich natürlich schon gespannt, wie man jetzt die 8,5 Prozent ja finanzieren will und ich könnte mir schon vorstellen, wer am Ende dafür aufkommen wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wird es erstmal eine Zentralbank vermutlich richten müssen. Wird einfach, ja, werden neue Schulden aufgenommen und dann funktioniert das Ganze wieder. Außerdem gibt es einen Pendlerrabatt von 50 Prozent, das ist auch ordentlich. Ich glaube, den hat es vorher schon gegeben, der ist auch Corona-bedingt eben gewesen und natürlich durch die ganze Energiekrise, die sich im Anschluss dann gezeigt hat und ja, man will einfach die Mobilität im Land erhalten. Natürlich auch eben gerade für die Leute, die wirklich pendeln müssen, arbeitsbedingt und so, hat man einfach ein Rabattsystem eingeführt, wo man, wenn man öffentliche Verkehrsmittel nutzt, das gilt nicht für PKWs und eben damit Sprit, sondern ist eben für die öffentlichen Verkehrsmittel, dann bekommt man da 50 Prozent auf den Fahrpreis. Und das ist ordentlich, würde ich mal behaupten. Das geht aber nur, wenn, ich glaube, die Regierung oder, ja, die Region beziehungsweise vermutlich wird das Bundesland sein, je nachdem, wie man da entspannend dazu sagt, das weiß ich nicht mal, wenn die 20 Prozent zusteuern, bezuschusst praktisch der Staat, also auf Bundesebene dann die 30 Prozent noch und so kommt man am Ende dann auf die 50 Prozent Rabatt. Also das hat es im Prinzip schon gegeben, wird eigentlich nur noch verlängert, ja, um das nochmal festzuhalten. Der direkte Tankrabatt entfällt dafür, einfach, weil der Spritpreis wieder von alleine runtergekommen ist und damit wird das jetzt auch gestrichen. Und man will stattdessen Direkthilfen zahlen, und zwar für Transportunternehmen und Bauern und Fischer, die eben besonders auf den Sprit angewiesen sind und die werden wir eben jetzt direkt stützen. Und für die privaten Verbraucher, die haben natürlich dann ein Problem, aber meiner Meinung nach ist das sowieso nur Augenwischerei, denn irgendwer muss das am Ende ohnehin zahlen. Und wenn der Staat irgendwas hergibt, also er hat es ja nicht, er muss es ja von irgendjemandem nehmen, das heißt, er kann da unterstützen, was immer er will, am Ende wird trotzdem jeder geschröpft. Das ganze Paket umfasst übrigens 10 Milliarden und ja, meiner Meinung nach macht man ein so großzügiges Paket. Aktuell war Wahlen anstehend 2023 und zwar ziemlich viele Wahlen in Spanien. Der wird regional gewählt, aber auch auf Landesebene eben. Und ja, deswegen hat es vermutlich auch dieses große Paket gegeben. Das wäre es mit dem Quickie. Ich bedanke mich fürs Zugucken, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Video.